Hey Leute, was geht? Hier ist wieder mal euer Prader und ja, heute gibt es ein chilliges Live, frei für alle auf Cargo. Ich habe noch 1, 2, 3 kleine Infos rauszuhauen. Die erste Info, ich liebe die Elfen voll. Ich habe meine neue Liebe gefunden, wenn es nicht laggen würde. Ich habe 2 Bar, vielen Dank. Apropos 2 Bar, ich bin der einzige, der 3 Bar hat, alles klar. Ähm, mein Internet, ich habe das Problem eigentlich größenteils gefunden. Okay. Ja, danke. Ich habe das Problem eigentlich größenteils gefunden, nämlich lag es an dem verkackten Internetradio. Es lag einfach an dem Internetradio, an einem kleinen Scheißding, das einfach mein ganzes Internet gestört hat. Alles klar, ich muss es einfach ausstecken, damit mein Internet wieder einigermaßen gut läuft. Also, damit ich wieder einigermaßen gut zocken kann, so muss ich es sagen. Aber ich werde immer noch von Pissles gekillt, das ist nicht mehr normal. Aber naja, jetzt einfach die zweite Info. Die Soundbox sollte jetzt eigentlich einigermaßen weg sein. Es lag am Netzteil, das ich ein bisschen zu nahe am Headset selber hatte und darum hat es da ein bisschen gestört. Und ja, das wären eigentlich so schon die Infos gewesen. Jetzt, ja klar, jetzt eigentlich zum wichtigen Teil, nämlich zum Gameplay. Jetzt habe ich ein bisschen abgekackt, jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen. Drohne, Blitzschlag und Orbi auch erreicht. Ich hasse das bei der Folge, wenn du so schießt und dann gibt es wie so einen leichten Ruckler, weil du einfach den Triggerfinger drücken musst. Und dann verrückst du wie so ein kleines bisschen. Aber läuft ja jetzt anscheinend relativ gut. Zack. Der ist... Oh, ich wusste, ich habe ihn gesehen, aber ich konnte nicht mehr gut reagieren. Naja. So, die Ruckler, wie gesagt, sollten weg sein. Wenn noch nicht, dann werde ich mir bald mal ein neues Mikro kaufen. Werde ich sowieso, wenn ich mal wieder genug Geld habe, zusammengearbeitet habe. Ah, nice one. Der Wichser. Oh, nice. Habe ich immer noch drei Bar? Ja, und ich bin erster, lol. Okay. Zack, den Hammer. Auch F in Fall Triggerfinger ist langsam warm, nach den ganzen Fehlkommentaries mit dem Stören und so weiter. Habe ich es dann... So, meine Freunde, die Infos sind draußen, Leute. Ich wollte euch eigentlich ein Frei für Alle zeigen. Ich spiele jetzt immer noch live, aber... Oh, Leute, es geht nicht. Ich habe so irgendwie 20 Lobbys Frei für Alle gesucht. Äh, die Cargo-Lobby, die lagte wie ein Arsch. Das war nicht mehr normal. Und ein Gegner hat mich die ganze Zeit abgefuckt. Und es waren nur noch insgesamt... Ich habe am Anfang nur noch drei Gegner am Start. Darum habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich spiele auch einfach noch ein gediebendes Ründchen. TDM und er muss mich wieder MP'n. Und er ist im Todes-Head-Glitch. Oh mein Gott. Naja, TDM tut es ja anscheinend vielleicht auch. Tut mir leid, dass ich keinen Frei für Alle bringen kann, aber das geht echt jetzt im Moment nicht. Da war doch... Ah, T-Mate. Okay. Ah, ich hoffe jetzt, dass... Bringt's. So. Nice. Drohne, Blitzschlag und... Obby. Gucken, ob er was kleines leisten. Die Infos sind ja draußen. Tag. Sehr schön geoutplayt. Oh, Alter, die sind alle da drin. Halt's, Maul-Shot-Beast. Halt doch einfach dein Run jetzt, Mann. Guck, wie er einfach springt. Drohne raus. Nice. Komm. Na. Und bei den nächsten, das muss ich auch noch sagen, bei den nächsten 19, die ich gehabt habe nach Cargo, äh, hat's entweder des Todes geleckt. Wirklich, wirklich ekelhaft. Es war richtig die hässliche Kon. Oder es war einfach ein Spieler drin, der mir die ganze Lobby versaut hat. Es war einfach jedes Mal dasselbe. Oder beides miteinander. Haha. Und ja, das wollt ihr euch einfach nicht antun. Euren entzündeten Augen. Nice. Darum einfach lieber ein chilliges Ründchen, TDM, wo ich mich nicht so aufrege. Und ja. Sieht anscheinend nicht schlecht aus. Außer sie, sie werfen wieder mit Granaten. Das ist, ja, alle. Er geht mir einfach durch den Stein hindurch. Finde ich super. Naja. Die kommen doch von da, Teammate, bist du behindert. Und schon wieder ein Kacklappen, der reinkommt. Weed, alles klar. Zwölfjährige kleine Spasten. Na, der ist da unten. Oder da oben. Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch tot. Ha. Er kommt. Ja, der kommt. Sehr schön. Gehen alle raus, oder was ist hier los? Ne, spawnen sie. Spawn. Flip kann man auch gut sagen. Wuhh. Nice. Oh, wie ich ihm gegeben hab. Ich hab heute eigentlich die richtig überkrassesten Turn-Oms verteilt. Aber ich konnte einfach kein Gameplay nutzen, weil das hätte euren Augen geschadet. Auch hab ich ab und zu nicht mal so schlecht gespielt. Aber ich wollte es euch einfach nicht... Oh, ihr seht's hier. Ich wollte es euch einfach nicht antun. Ja, von wo... Hat der... Warum... Warum wusste der das? Warum hat er mich geblackscoped? Zwei Fragen. Ich werde sie nie beantworten können. Hm. Naja. Super. Super. Hör auf, Mia, die ganze... Das macht mich so aggressiv, ne? So. Ja. Spawnte einfach hinter mir. Es juckt ihn einfach überhaupt nicht. Oh, Mann. Schüsse connecten natürlich wieder. Nichts. Sind da Leute? Oh. Den hab ich. Oh. Immer dieses C4-Gewerfe. Das geht mir auch so auf den Piss. Warum... Haben die irgendwie ein Orbi oben oder so? Wollen die mich verarschen? Anfang lief's und jetzt einfach tote Hose. Na ja. Zack. Schön gediegen. Wegholen. Das ist immer irgendwie so. Man hat ne heiße Phase und dann kommt einfach die Phase und einfach übelst abgefuckt wird und dann kommt wieder ne einigermaßen ruhige Phase. Das ist auf jeden Fall bei mir so. Oh. Uh. Ich hab den Sniper nochmal richtig schön durchgefickt. Ja. Der Sniper will's wissen. Drohne nochmal schön raus. Oh, Mann. Lol. Wie schlecht bist du bitte? Ich musste auf Scoreboard gucken und hab... Ich... Ich habe eben auf meinen Teammate vertraut, Leute. Macht das nicht. Oh. Okay. Da war jetzt einfach die MLG-Spots. So. Hol ich mir auch noch. Und schön gediegen. 21,8. Ich hätte gerade noch den Blitzschlag gehabt. Naja. Der Mittelteil war ein bisschen kacke. Aber na ja. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Finde gerade eh keine besseren Lobbys. Je noch schön den Last Kill mit dem Gottes Aim a la Preda. Naja. Also habt doch einen wunderschönen Tag. Baldes Wochenende. Genießt das Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.